Magische Fähigkeiten und Fertigkeiten Im zarten Alter von 50 Jahren erreichte Dumbledore ein magisches Niveau, das den meisten Zauberern den Atem raubte. In einem Akt purer Kreativität entwickelte er gemeinsam mit dem legendären Nicholas Flamel nichts Geringeres als die bahnbrechenden Zwölf Verwendungsmöglichkeiten für Drachenblut. Doch diese Zusammenarbeit ging weit über die Schranken von Professor und Schüler hinaus. Flamel, ein Alchemie-Virtuose, bewarb sich kurzerhand als Lehrer an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, um seine bahnbrechenden Forschungen live zu erleben. Die Allianz zwischen Dumbledore und Flamel war keine gewöhnliche Lehrer-Schüler-Beziehung, sie war eine faszinierende Partnerschaft, die den Grundstein für eine tiefe Freundschaft legte. Das Duo stürzte sich mutig in ein Abenteuer voller magischer Experimente, eröffnete sogar ein eigenes Labor im Raum der Wünsche und züchtete Drachen in den wilden Walten Rumäniens. Anfangs verschlangen ihre Experimente die gesamten Zaubertrankvorräte der Schule, doch ihre Leidenschaft kannte keine Grenzen. Jahre des Wartens und der Entbehrung führten schließlich zu einem triumphalen Moment, als sie ihre bahnbrechenden Experimente fortsetzen konnten. Schon während ihrer Experimente fanden sie bereits zehn Verwendungsmöglichkeiten von Drachenblut heraus, die, genauer betrachtet, deutlich unspektakulärer waren, als der Name »Zwölf Verwendungen für Drachenblut« vermuten ließ. In einem kreativen Höhenflug nutzten die beiden Magier Drachenblut als Tinte, das nicht nur Farben offenbarte, sondern auch in Flammen aufging, wenn es entzündet wurde. Drachenblut kann Feuer fangen, welche Erkenntnis! Doch das war erst der Anfang ihrer Magie extravaganza. Ihre genialste Entdeckung? Die Verwendung von Drachenblut als ultimativen Ofenreiniger und Fleckenentferner. Und was machten sie? Sie boten diese bahnbrechenden Produkte tatsächlich in der Muggelwelt an. »Liebe Muggel, halten Sie Ihre Küche bereit für den Zauber, der Ihre Backöfen glänzen und Ihre Flecken verschwinden lässt. Alles dank des magischen Erbes von Dumbledore und Flamel.« Bei ihren Experimenten verletzte sich Dumbledore durch eine Explosion und stieß dabei versehentlich einen Krug mit Diptam um, der zu diesem Zeitpunkt als Wundheilmittel noch nicht bekannt war und fiel in den Kessel mit heißem, kochendem Drachenblut. Beide fürchteten ernsthaft in Gefahr zu sein, als ihr unfreiwillig gemischter Trank ausbrach und sich über Dumbledores bereits verletzten Arm ergoss. Überraschenderweise erlebte Dumbledore jedoch nicht nur weniger Schmerzen, sondern auch eine erstaunliche Heilung. Sein verletzter Arm verschloss sich, als wäre nichts gewesen. Und so entdeckten sie schließlich die heilende Wirkung von Diptam und Drachenblut, nicht durch bahnbrechende Magie, sondern durch einen peinlichen Unfall. Der Feuerschutztrank, auch bekannt als Eistrank, ist ein Trank, mit dem man sich unbeschadet durch Flammen bewegen kann. Wenn er getrunken wird, löst er beim Trinker ein Gefühl von Eis und Kälte aus und bietet Schutz vor den meisten magischen Feuern. Ursprünglich basiert er auf dem Rezept, aufplatzende Pilze mit einem Messer zu zerschneiden, in einen Kessel zu geben und im Uhrzeigersinn zu rühren, bis der Trank blau wird. Danach gibt man Salamanderblut in den Kessel und rührt gegen den Uhrzeigersinn, bis der Trank grün wird. Zum Schluss muß man nur noch Warzhautpulver im Stößel zerstoßen, in den Kessel geben und im Uhrzeigersinn rühren, bis der Trank rot wird. Salamanderblut ist zwar stark, aber nicht stark genug. Dumbledore und Flamel fanden die Wirkung heraus und tauschten Salamanderblut mit Drachenblut aus. Dieses neu geschaffene Gebräu bietet nicht nur Schutz vor den meisten magischen Feuern, sondern trotz auch den extremen Herausforderungen der Wüstenwetterbedingungen. Wieder eine Entdeckung, die auf den Errungenschaften anderer aufbaut, in diesem Fall auf denen von Zacharissa Tuckwood, die auch die aknelindernde Wirkung von Bubotubla-Eiter entdeckte. Als Flamel und Dumbledore in einer Nacht voller erfolgloser Experimente an einen Punkt der Verzweiflung kamen, verwechselten beide ihre Weingläser mit den Zaubertrankflaschen, die Drachenblut enthielten, und tranken so versehentlich von der magischen Substanz. Dadurch entdeckten sie, wie sie die Gedanken anderer Menschen lesen und durch die Augen anderer sehen konnten, was weder für Dumbledore noch für Flamel von Nutzen war. Sie brauchten kein Veritaserum zu trinken, um die Geheimnisse des anderen zu erforschen. Flamel muss mitbekommen haben, was Dumbledore vorhatte, aber offensichtlich hat er seinem Freund nicht von seinen erforschten Geheimnissen erzählt. Doch das war erst der Anfang ihrer abenteuerlichen Reise in die Welt der magischen Substanzen. Dumbledore, unersättlich nach Wissen, wagte sich allein weiter vor. Durch die Zugabe von Tabernemontana aus den geheimnisvollen Sanago-Amazonas-Regionen Australiens entdeckte er, dass Drachenblut in Kombination mit dieser exotischen Zutat eine erstaunliche neue Dimension eröffnete. Der Trank der Erforschung, durchflutet von Tabernemontana, erschuf Visionen, die komplett kontrollierbar waren, ein Mittel, das Dumbledore nutzte, um Gellert Grindelwald während des Ersten Zaubererkrieges zu verfolgen. Während ihrer atemberaubenden Expeditionen durch die Kontinente auf der Suche nach den mächtigsten Drachenarten entfachte die Faszination von Flamel und Dumbledore besonders für die majestätischen ostasiatischen Drachen. Diese mythischen Wesen sind nicht nur die berühmtesten unter den magischen Kreaturen, sondern auch am schwierigsten zu verbergen. Die weiblichen Drachen, größer und wilder als ihre männlichen Artgenossen, verlangten nach äußerster Vorsicht und Erfahrung im Umgang mit Magie. Keiner von Flamel und Dumbledore war erfahren genug, um sich einem ausgewachsenen Drachen zu nähern, insbesondere nicht den ostasiatischen Drachen. Doch für die unersättlichen Forscher Flamel und Dumbledore galt nur ein Interesse. Das Blut dieser magischen Geschöpfe. Die Drachen Ostasiens sind in der asiatischen Kultur auch ein Symbol für Macht, Stärke und Glück für Menschen, die dessen würdig sind. Die asiatischen Drachen gelten zudem als Hüter über Wasser, Regen und Wirbelstürme. Ihre Reise führte sie auch zum chinesischen Neujahrsfest, wo sie den Drachenkönig Aorun, Herrscher über das südliche Meer, trafen. In einem berauschenden Genuß von Drachenblut-Cocktails offenbarten sich ihnen ungeahnte Sinneserweiterungen. Run verriet dabei das uralte Geheimnis. Das asiatische Drachenblut wird von den Menschen genutzt, um die Macht über Regen, Wasser und Wirbelstürme zu erlangen. Alles, was dazu benötigt wird, gibt es, ganz der Geschäftsmann, in seiner sagenumwobenen Apotheke mit dem ostasiatischen Drachenblut als Krönung des magischen Repertoires. Nachdem die beiden einen Hauch ostasiatischen Drachenbluts gekostet hatten, wurde ihnen schnell klar, dass sie die Macht besaßen, Stürme von beängstigender Intensität zu entfesseln. Ein kurzer Moment der Stille folgte, in dem der Wind nachließ und die beiden Magier die Verwüstung betrachten konnten, die ihr magischer Sturm aus dem Nichts angerichtet hatte, umgeworfene Bänke, abgerissene Dächer und eine Szenerie, die wie von einem unsichtbaren Giganten verwüstet schien. Ein ahnungsloser Kollege versicherte ihnen leichtsinnig, daß der Sturm bald vorüber sein würde, nicht ahnend, daß er mit den Schöpfern des Chaos sprach. Doch innerhalb von Minuten kehrte der Sturm in rasendem Tempo zurück. Die einzige Hoffnung, den Orkan zu stoppen, lag in einem gemeinsamen Zauberspruch, einem finite Inkantatem, gesprochen von den beiden gleichzeitig. Der Sturm verblasste augenblicklich, aber die Spur der Verwüstung blieb. Durch das Chaos entdeckten sie den unschätzbaren Nutzen des ostasiatischen Drachenbluts, das ihnen die Macht gab, die Elemente nach ihrem Willen zu beherrschen. In den frühen 1920er Jahren fand eine wahrhaft düstere Studie statt, die die Magie von Drachenblut mit Blutzauber in den Fokus rückte, nicht nur als schützendes Elixier, sondern auch als potenzielles Lebensmittel-Konservierungsmittel, veröffentlicht im Magazin Magische Komplementär und Alternativmedizin für Hexen und Zauberer, versprach diese In-Vitro-Studie bahnbrechende Erkenntnisse. Forscher wagten sich an die antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften des Drachenblutharzes, das aus dem rumänischen Langhorn gewonnen wurde. Doch hier endete die Forschung nicht. Drei Drachenblut-Extrakte, in die das Blut unserer respektierten Professoren eingemischt wurde, wurden in die eigenen Venen der Forscher injiziert. Das Ergebnis? Das Blut des rumänischen Langhorns ermöglichte tatsächlich die Kommunikation mit Drachen. Während Dumbledores unkonventionellem Unterricht, als er noch Teil des Lehrkörpers war, dauerte es ganze zwei Jahre, bis er erfolgreich einen Irrwicht einfangen konnte. Flamel, der ebenfalls erfolgreich einen Irrwicht überlistete, stellte sich eine grundlegende Frage. Kann ein Irrwicht tatsächlich Schaden anrichten? Die Antwort war ein faszinierendes Ja und Nein. Denn die Essenz dieser Entdeckung enthüllte, dass ein Irrwicht, vergleichbar mit einem Dementor, menschliche Gefühle absorbiert. Allerdings keine traurigen Erinnerungen, sondern die Angst selbst. Der Irrwicht verwandelt sich in das, was eine Person am meisten fürchtet, verstärkt diese Angst und ernährt sich davon. Dabei kann er, beeinflusst von der größten Angst der Person, durchaus realen Schaden anrichten. Wenn sich eine Person beispielsweise vor einem Drachen fürchtet, wie es Dumbledore tat, dann wird der Irrwicht im Wesentlichen zu dem, was diese Person fürchtet, wenn auch manchmal in einer schwächeren Version, sodass der Drachen Irrwicht Feuer spucken und versehentlich Menschen oder umstehende Möbel oder Büsche verbrennen oder töten kann. Als Dumbledore den Raum betrat, in dem sich der Irrwicht in seiner reinsten Form aufhielt, wirbelte er plötzlich herum und drehte sich, weil der Irrwicht Dumbledore registrierte. Er verwandelte sich in einen Drachen, der so groß wurde wie das Dach des Astronomie-Turms von Hogwarts. Doch die unerwartete Verwandlung sollte nicht das Einzige sein, was diesen Raum erschüttern würde. In einem dramatischen Moment zerschmetterte der Drache den Kessel mit frisch gebrautem Drachenblut, der von Flamel sorglos zurückgelassen worden war. Ein atemloser Augenblick der Furcht umhüllte Dumbledore, als er fürchtete, dass der Drache das schwebende Drachenblut verschlingen würde. Doch bevor er Ridiculous auch nur denken konnte, geschah etwas Unglaubliches. Der Drache, getrieben von unbändiger Gier, trank rasant das ganze Drachenblut. Flamel betrat den Raum und hielt Dumbledore davon ab, den Irrwicht zu verfluchen. Doch als die Wut über Flamels Streich und die reine Furcht verschmolzen, spuckte der Drache gewaltige Flammen aus. Der Irrwicht entkam durch das Fenster des Raums der Wünsche und stürzte sich in die Schule. Die beiden Professoren hatten Glück, in den Schulferien zu sein, so dass niemand in der Nähe war. Eine atemlose, vierstündige Verfolgungsjagd durch die gefährlichen Gänge von Hogwarts begann. Mit Entschlossenheit und Zauberformeln wie Ridiculous, Finite Incantatem und Aguamenti gelang es ihnen schließlich, den Irrwicht zu stoppen, bevor er die graue Dame, den Hausgeist von Slytherin, in Flammen hüllen konnte. In einem beispiellosen Streben nach magischer Perfektion wagten sich die jungen Professoren in den Schatten des Unbekannten, um die mysteriösen Geheimnisse des Drachenblutes weiter zu enträtseln. Doch die Jahre des Suchens und Experimentierens schienen vergeblich zu sein, bis zu dem schicksalhaften Jahr 1928, als ein verzweifeltes Streben nach Liebe und Zauberei die Dinge für immer verändern sollte. Nicholas Flamel und die unvergessliche Myrthe Elizabeth Warren schmiedeten eine Allianz in einem Versuch, den Liebestrank Amortentia zu perfektionieren. Und siehe da! Inmitten von flackernden Kerzen und magischen Düften stießen sie auf eine bahnbrechende Erkenntnis. Das Drachenblutpulver entfaltete eine ungeahnte Macht, in der Welt der Liebe. Myrthe, von Liebesschmerz geplagt, wagte sich an das wohlgehütete Geheimnis des Drachenblutes. Auf einem kleinen Quadrat braunen Papiers schrieb sie den Namen ihres Angebeteten nieder, kreuzte ihn mit ihrem eigenen an, füllte das Papier mit dem pulsierenden Drachenblutpulver und warf das Päckchen auf glühende Holzkohle. Dies sind die zwölf Verwendungsmöglichkeiten von Drachenblut, die Albus Dumbledore in Zusammenarbeit mit Nicholas Flamel entdeckt hat, und die Entdeckung ist nur eine von Dumbledores Fähigkeiten. Aber es gibt noch viel mehr zu wissen, als sie bisher geahnt haben. Bevor wir in Dumbledores dunkelstes Geheimnis eintauchen, werfen wir einen Blick auf eine einzigartige Facette seiner Magie, eine, die im Schatten der Öffentlichkeit verborgen blieb. Dumbledores Patronus enthüllte sich niemals vor den Augen der Welt, Doch wer steckt hinter dem faszinierenden, sprechenden Patronuszauber, der während des blutigen Zweiten Zaubererkriegs vom Orden eingesetzt wurde? In einer beispiellosen Enthüllung, bestätigt durch Dolores Umbridge höchstpersönlich, taucht die Wahrheit über die geheime Kommunikation des Ordens auf. Ein Zauber, der von Dumbledore selbst erschaffen wurde und ausschließlich vom Orden genutzt wurde. Ein Patronus-Geflüster, das mitten im Herzen von Hogwarts stattfand, umgeben von den strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Ein Kanal, der die Schlüsselakteure des Krieges miteinander verbannt, wenn die Gefahr am größten war. Doch was machte Dumbledores Patronus so einzigartig? Das Mysterium, das diese magische Kommunikation umhüllte, war nicht nur ein simples Flackern von Silberlicht, nein, Dumbledore schuf einzigartige Verbindungen, unverwechselbare Patroni, die die Stimme des Erschaffenden weitertrugen. In einer Welt, in der Täuschung an der Tagesordnung war, erwies sich Dumbledores sprechender Patronus als der ultimative Wächter der Wahrheit. Albus Dumbledore besaß einen Phönix mit dem Namen Fawkes, der sich uns offenbarte, als er Hagrid herbeirufen wollte, nachdem der Quidditch-Meister Victor Krumm betäubt worden war. Der Phönix, Symbol der Unsterblichkeit, erwählte Dumbledore als Begleiter, eine Verbindung, die mehr war als nur zufälliges Schicksal. Gemeinsam teilten sie ein Netz von Eigenschaften, die ihre Verbindung zu etwas Größerem machten. Weise und weitsichtig Weisheit und Voraussicht, jene Qualitäten, die den Phönix auszeichnen, spiegeln sich in Dumbledores langfristiger Planung wieder, um den dunklen Lord zu besiegen. Mächtig! Die Macht, die in den Flügeln des Phönix pulsierte, fand ihr Gegenstück in Dumbledores magischer Brillanz. Ein alter Zauberer von erstaunlicher Rüstigkeit und beeindruckender Macht, genau wie sein gefiederter Gefährte. Auffällig! Doch es war nicht nur die Stärke, die sie vereinte, sondern auch die auffällige Erscheinung. Wie der Phönix mit seinem feurigen Rot Aufmerksamkeit erzeugte, so betrat Dumbledore die Räume und verankerte seine Präsenz, gewollt und gezielt. Der Inbegriff des Guten Der Gesang des Phönix beflügelt die Herzen der Guten. Dumbledore ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die zwar Fehler hat, aber letztlich für das Wohl der gesamten Menschheit und auch für das größere Wohl arbeitet. Hier sind nun einige Fakten, die sie vielleicht nicht über die von Dumbledore gesprochenen Sprachen wissen, aber definitiv wissen sollten. Dumbledore beherrscht Pasel. Paselmünder sind keine gewöhnlichen Sprachlerner. Dieses seltene Talent, die Sprache der Schlangen zu beherrschen, liegt nicht im Bereich des Erlernten, sondern ist in der Regel vielmehr eine angeborene Gabe. Wenn jemand Pasel beherrscht, dann deutet das auf eine außergewöhnliche Abstammung hin, nämlich auf die Blutlinie von Salazar Slytherin. Diese seltene Gabe wird normalerweise vererbt und Dumbledore, der geheimnisvolle Schulleiter von Hogwarts, ist kein Fremder in der Kunst der Schlangenkommunikation. Warum, fragen sie sich vielleicht, hat Dumbledore sich diese ungewöhnliche Sprache angeeignet? Hat er sie sich überhaupt angeeignet? Die Antwort könnte verblüffend sein. Es wird gemunkelt, dass der Schulleiter, um die Machenschaften von du weißt schon wem, besser zu verstehen, die Sprache der Schlangen erlernt hat. Paselmund zu sein mag als seltene Gabe gelten, aber ist sie wirklich so exklusiv? In einer tiefgehenden Untersuchung des Stammbaums der Dumbledores habe ich schockierende Entfüllungen ans Licht gebracht. Hogwarts birgt das Erbe von Slytherin selbst, und die Dumbledores, jene legendären Gestalten, mögen mehr mit der Dunkelheit verbunden sein, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können nun eine fundierte Vermutung anstellen, aber Sie wissen es noch nicht sicher. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Bereiten Sie sich darauf vor, von den Enthüllungen über Albus Dumbledore umgehauen zu werden, denn was Sie gleich erfahren werden, könnte Ihr Weltbild zerstören. Stellen Sie sich vor, der ehrwürdige Albus Dumbledore, der Hüter von Hogwarts-Geheimnissen, ein Nachkomme von niemand Geringerem als Salazar Slytherin selbst. Klingt unglaublich, nicht wahr? Doch halten Sie sich fest, denn die Beweise liegen im Stammbaum der Dumbledores, und Sie werden Ihren Ohren nicht trauen. Das Haus Gaunt, eine reinblütige Familie mit Verbindungen zu den mächtigsten Zauberern der Geschichte, Salazar Slytherin, Cadmus Peverell und Morrigan Peverell, einer der Heiligen, 28. Jetzt, da Ihre Neugier geweckt ist, lassen Sie mich mit Ihnen auf den folgenden Seiten einen Blick auf den Stammbaum der Dumbledores werfen. Jeder von uns weiß, daß das Sprechen von Pasel das Kennzeichen eines schwarzen Magiers ist. Haben Sie jemals von einem anständigen Zauberer gehört, der mit Schlangen sprechen konnte? Sie nannten Slytherin selbst Schlangenzunge. Salazar Slytherin war einer der vier Gründer der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er war ein Verfechter der Reinheit des Blutes und glaubte, daß die magische Ausbildung innerhalb der magischen Familien bleiben sollte. Slytherin verließ die Schule wegen dieser Frage, aber nicht, bevor er die legendäre Kammer des Schreckens gebaut hatte. Morrigan Peverell war eine berühmte, mächtige Hexe aus Irland. Sie war ein Animagus, der die Gestalt einer Krähe annahm, wenn sie sich verwandelte. Ihre Liebe zur natürlichen Welt und ihre Verbundenheit mit allen magischen Lebewesen schien sie von Esau Sayre geerbt zu haben, die selbst den Namen Morrigan trug, als sie ihre Schule für Hexerei und Zauberei in Amerika gründete. Cornivus Gaunt Er war auch eines der Mitglieder des berühmten reinblütigen Hauses Gaunt. Das Haus Gaunt ist als reinblütige Familie bekannt, die von Salazar Slytherin und Catmus Peverell abstammt. Cornivus Gaunt war ein direkter Nachfahrer von Salazar Slytherin und Vorfahrer von Marvelo Gaunt, dem Großvater mütterlicherseits von Tom Marvelo Riddle. Du weißt schon wem. Wie Tom war er ein Paselmund. Corvenous Gaunt, im 18. Jahrhundert Selbstschüler in Hogwarts, bleibt von Mysterien umhüllt. Heute geht man davon aus, dass er sehr wohlhabend war. Die Spuren von Gaunts Einfluss reichen weit zurück, als er persönlich den Eingang zur Kammer des Schreckens bewachte, während das Schloss umgebaut wurde. Tom Riddle verschaffte sich später über die Mädchentoilette Zugang zur Kammer. Das Haus Gaunt hatte die Tradition, ihre Cousins und Cousinen zu heiraten, um ihr Blut reinzuhalten und die Eigenschaften ihrer Vorfahren zu bewahren, insbesondere die Fähigkeit, Pasel zu sprechen. Rianach Gaunt Rianach war eine irische Hexe, die im späten 16. Jahrhundert geboren wurde. Sie heiratete einen reinblütigen Zauberer namens William Sayre, und sie hatten eine gemeinsame Tochter namens Isolt. Rianach war eine liebevolle Mutter und eine gute Nachbarin für die Muggel im Dorf, denen sie im Stillen mit magischen Heilmitteln im Alltag und dem Vieh half. Sie starb, als ihr Haus von ihrer entfremdeten Schwester Gurmla in Brand gesteckt wurde. Gurmla Gaunt Im Gegensatz zu ihrer Schwester verabscheute Gurmla Muggel und verfluchte jeden, der es wagte, in die Nähe ihrer Hütte in Hags Glen zu kommen. Nachdem sie das Feuer gelegt hatte, bei dem Isolt's Eltern ums Leben kamen, versuchte Gurmla, ihre Nichte im Sinne des reinen Blutes zu erziehen und verweigerte ihr den Besuch von Hogwarts, weil die Schule den Muggeln zugeneigt war. Gurmla war wütend, als Isolt weglief und verfolgte ihre Nichte bis nach Amerika, wo sie auf den erbitterten Widerstand von Isolt's Adoptivsöhnen stieß. Sie starb, als ein Pogwuchi namens William ihr einen vergifteten Pfeil durch das Herz schoss. William Sayre William war ein direkter Nachfolge der Hexe Morrigan, die ein Animagus war, der die Gestalt einer Krähe annahm. Er heiratete eine Hexe namens Reanach Gaunt und gab ihrer Tochter Isolt den Spitznamen Morrigan, da er ihre Verwandtschaft mit dem Tierreich erkannte. William kam wie seine Frau Reanach bei dem Feuer ums Leben, das das Haus der Familie in dem Dorf Kuhm-Lukra in der Grafschaft Kerry verschlang. Isolt Sayre Isolt wurde um 1603 in der Grafschaft Kerry geboren und kam in die Obhut ihrer grausamen Tante Gurmla, nachdem ihre Eltern bei einem Brand ums Leben gekommen waren. Sie entkam, verkleidete sich als Junge und floh nach Amerika. Dort freundete sie sich mit vielen Kreaturen an, darunter eine geheimnisvolle gehörnte Schlange und ein Pak Wutschi, den sie William nannte. Außerdem lernte sie zwei verwaiste Zaubererjungen namens Chadwick und Webster und einen Nomad namens James Stewart kennen, den sie schließlich heiratete. Gemeinsam gründeten sie Ilver Moiny, die erste amerikanische Schule für Hexerei und Zauberei. James Stewart James war ein junger Nomad aus der Siedlung Plymouth. Während er im Wald nach seinen Freunden suchte, hatte er einen Unfall mit einem zerbrochenen Zauberstab und erwachte in der Obhut von Isolt Sayre. Nachdem sie zunächst geplant hatte, James zu obliviieren, verliebten sich die beiden und heirateten schließlich. Trotz seines Mangels an magischen Kräften gründeten James und Isolt Ilver Moiny, wo sie gemeinsam als Schulleiter und Schulleiterin arbeiteten. Martha Stewart Die älteste Zwillings-Tochter von James und Isolt besaß keine eigenen magischen Fähigkeiten. Das machte Martha das Leben schwer, denn sie fühlte sich in der Zauberschule, in der sie aufgewachsen war, nicht zugehörig. Später heiratete sie einen No-Match vom Stamm der Pukumtuk und führte fortan ein Leben ohne Magie. Rienach, Stuart Rienach, die jüngste der Zwillingstöchter von James und Isolt, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Hexe, die in Ilver Moiny Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtete. Es wurde gemunkelt, dass sie ein Paselmund sei, eine Errungenschaft, die sie von ihrem entfernten Verwandten Salazar Slytherin geerbt haben könnte. Aus Angst vor ihrem eigenen Erbe hat Rienach nie geheiratet und keine Kinder bekommen. Chadwick Boot Chadwick und sein Bruder entkamen nur knapp, nachdem sie von einem Hintertück angegriffen worden waren. Sie wurden von der Hexe Isolt Sayer gefunden, die sie wieder gesund pflegte und ihnen später ihre eigenen Zauberstäbe schenkte. Getreu seinem Lieblingstier, dem Donnervogel, war Chadwick sehr abenteuerlustig und begab sich als Erwachsener auf viele Reisen. Er war auch Autor aller sieben Bände von Chadwick's Zaubersprüche. Webster Boot Websters Eltern reisten auf der Suche nach Abenteuern nach Amerika, doch sie erlebten ein schreckliches Schicksal. Die Familie Boot wurde von einem Hintertück angegriffen, eine Tortur, die Webster und sein Bruder ohne die Hilfe von Isolt Sayer nicht überlebt hätten. Sein Lieblingstier war die Wampuskatze, und Webster verkörperte ihren Kriegergeist, als er die Rolle eines magischen Gesetzeshüters annahm, die man heutzutage wohl als Auftragsauror bezeichnen würde. Josefina Calderon Josefina war eine ausgebildete Heilerin aus Mexiko, die den erfahrenen Reisenden Chadwick Boot heiratete. Ihre Familie, die als Calderon Boots bekannt ist, gehört bis heute zu den bekanntesten Zaubererfamilien in Amerika. Mrs. Boot Während der Überführung eines dunklen Zauberers nach London lernte Webster Boot eine schottische Hexe kennen, die für das Zaubereiministerium arbeitete. Sie verliebten sich ineinander und siedelten ihre Familie dort an, wobei die Familie der Familie Boot über viele Generationen hinweg Hogwarts besuchten. Unbekannter Nomad Pokumtuk Stamm Obwohl auch andere Mitglieder seines Stammes Ilvermoini besuchten, war Marthas Ehemann ein Nomad Da sie sich als Squibb an einer Schule für Hexerei und Zauberei immer fehl am Platz gefühlt hatte, war Martha froh, mit ihrem Ehemann ein nichtmagisches Leben zu führen. Marvelo Gaunt Marvelo und seine Familie waren reinblütige Nachkommen von Salazar Slytherin und lebten am Rande von Little Hengleton. Obwohl er in ärmlichen Verhältnissen lebte, war er ungemein stolz auf zwei Familienerbstücke, das Medaillon von Slytherin und den Ring von Peverell. Marvelo wurde nach Asgaban geschickt, weil er mehrere Beamte des Ministeriums verletzt hatte. Als er sechs Monate später entlassen wurde, erfuhr er, daß seine Tochter weggelaufen war, um einen Muggel zu heiraten. Morphin Gaunt war der Sohn von Marvelo, einem reinblütigen Fanatiker, der glaubte, die Gaunts seien überlegene Zauberer. Wie so viele Nachkommen von Salazar Slytherin konnte Morphin Pasel sprechen, obwohl er offensichtlich keinen Respekt vor dem Tier hatte, da er eines an die Tür des Familienhauses genagelt hatte. Nach mehreren Auseinandersetzungen mit dem Ministerium kam Morphin zweimal nach Asgaban. Einmal für den Angriff auf einen Muggel und das zweite Mal für den Mord an der Familie Riddle, ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Am Ende starb Morphin im Gefängnis. Mirob kurz kurz nach der Geburt ihres Sohnes, den sie Tom Marvelo Riddle nannte. Tom Riddle Der stolze und hochmütige Tom Riddle wurde in eine wohlhabende Familie in Liddle Hengleton hineingeboren. Er wurde zum Gegenstand eines lokalen Skandals, als er mit der Tochter des bösartigen Marvelo Gaunt durchbrannte. Tom verließ schließlich seine Frau Mirob zusammen mit ihrem ungeborenen Kind und behauptete, er sei bei der Heirat mit ihr hinters Licht geführt worden. Jahre später wurde Tom im Haus seiner Familie von dem Sohn ermordet, den er verlassen hatte. Tom Marvelo Riddle Der jüngere Tom Riddle wuchs in einem Waisenhaus für Muggel auf, wo er sich schnell seiner magischen Kräfte bewusst wurde und schließlich von Albus Dumbledore nach Hogwarts eingeladen wurde. Von klein auf zeigte er eine kalte und grausame Natur, die sich während seiner Zeit in Hogwarts nicht besserte. Er konnte dies jedoch mit seinem charmanten Auftreten überspielen. Er wurde später zu du weißt schon wem, dem gefürchtetsten dunklen Zauberer der Geschichte, bis er in der Schlacht von Hogwarts besiegt wurde. Dennoch stellt sich die Frage, wie konnte Dumbledore Parsel verstehen oder erlernen, wenn es sich um eine Gabe handelt, die größtenteils und ausschließlich durch die Abstammung vererbt wird? Meine bewährte Theorie ist, dass auch Dumbledore ein entfernter Nachkomme von Salazar Slytherin ist. Gründe dafür finden wir im Stammbaum der Dumbledores. Albus Mutter Kendra Dumbledore ist selbst eine Nachfahrin von Salazar Slytherin. Sair selbst, die Tochter von Ria nach Gaunt, stammte über ihre eigene Mutter ebenfalls von Slytherin ab. Betrachten wir Bathilda Backshots Geschichte Hogwarts, die ganz ähnliche Fakten recherchiert hat. Und die große gehörnte Flußschlange mit einem Juwel auf der Stirn, die in einem nahegelegenen Bach lebte. Selbst ihr Pogwucci-Führer hatte Angst vor diesem Tier, aber zu seinem Erstaunen schien die gehörnte Schlange Isolt zu mögen. Noch beunruhigender für William war die Tatsache, dass Isolt behauptete zu verstehen, was die sagte. Isolt lernte mit ihrem Vater William nicht über ihr seltsames Gefühl der Verwandtschaft mit der Schlange zu sprechen und auch nicht über die Tatsache, dass sie ihr Dinge zu sagen schien. Sie besuchte den Bach allein und erzählte den Pogwucci nie, wo sie gewesen war. Die Botschaft der Schlange änderte sich nie. Solange ich nicht Teil der Familie bin, ist deine Familie dem Untergang geweiht. Isolt hatte keine wirkliche Familie, es sei denn, man zählt ihre Tante Gurmla. Sie konnte die kryptischen Worte der gehörnten Schlange nicht verstehen und nicht einmal entscheiden, ob sie sich die Stimme mit der sie zu ihr zu sprechen schien einbildete. Es scheint jedoch, dass Isolt die Pasel Sprache zwar verstehen, aber nicht selbst aktiv sprechen konnte. Slytherins Zauberstab blieb nach Gurmlas Befehl in Pasel inaktiv. Isolt konnte die Sprache nicht sprechen, aber sie wollte den Zauberstab, der das letzte Relikt ihrer unglücklichen Kindheit war, ohnehin nicht mehr anfassen. Rianach und James vergruben ihn außerhalb des Geländes. Ebenso hatte Isolt Sayer mit James Stewart zwei Töchter, Rianach eine Hexe und Martha ein Squib. Rianach, die jüngste der Töchter von James und Isolt, unterrichtete viele Jahre lang in Ilvermoini Verteidigung gegen die dunklen Künste. Rianach hat nie geheiratet. Es gab das Gerücht, dass von ihrer Familie nie bestätigt wurde, dass Rianach im Gegensatz zu ihrer Schwester Martha mit der Fähigkeit geboren wurde, Pasel zu sprechen und dass sie entschlossen war, die Slytherin-Abstammung nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Der amerikanische Zweig der Familie wußte nicht, dass Gormla nicht die letzte der Gauns war und dass die Linie in England fortgesetzt wurde. Martha, die Ältere der Zwillingskinder von James und Esalt, war eine Squib. Obwohl Martha von ihren Eltern und Adoptivbrüdern innig geliebt wurde, war es für sie schmerzhaft in Ilvermoini aufzuwachsen, da sie nicht zaubern konnte. Sie heiratete den nichtmagischen Bruder eines Freundes aus dem Stamm der Pokum Tuck und lebte fortan als Nomad. Eine von mir zusammengestellte Zeitleiste dieser Ereignisse. 1634 Martha und Rianach Stewart, Zwillingsmädchen, werden James Stewart und Isolt Sayre geboren. Beide sind Halbblüter, Martha erweist sich als Squib, aber Rianach ist eine Vollhexe, Rianach soll auch ein Paselmund sein. 1654 bis circa 1780 Rianach Stewart ist Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Ilver Moini und beaufsichtigt zusammen mit ihren Eltern das Wachstum und die Entwicklung der Schule von einer Einzimmerhütte zu einem größeren Campus. Da sie nicht gewillt ist, die Blutlinie von Salazar Slytherin fortzuführen, hat sie nie geheiratet oder Kinder bekommen. 1651 bis 1671 Martha Stewart heiratete den nichtmagischen Bruder eines Freundes vom Stamm der Pokumtuk und lebte für den Rest ihrer Tage als Nomad. Es ist nicht bekannt, ob sie Kinder hatte oder nicht. Martha Stewart heiratete also in den Stamm der Pokumtuk ein. Nehmen wir an, dass sie mit ihrem Mann Kinder hatte. Nach dieser Annahme würden ihre Kinder, obwohl sie Muggel sind, das schlafende magische Gen in sich tragen. Aber zurück zu Bethilda. Um 1754 schloß sich der Stamm der Pokumtuk in Folge des Siebenjährigen Krieges größtenteils den Abenaki in Quebec an oder zog weiter nach Westen. Kleine Gruppen blieben noch bis in die 1800er Jahre in Massachusetts, doch die meisten flohen nach Norden oder verloren ihre Stammes Identität durch Vermischung mit anderen Stämmen und Siedlern. Die Abenaki, die sich entschieden, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, erging es nicht so gut wie ihren kanadischen Verwandten. Die Stammesverbindungen gingen verloren, da diejenigen Abenaki, die von der angloamerikanischen Bevölkerung toleriert wurden, in die koloniale Gesellschaft assimiliert wurden. Die verbliebenen Familiengruppen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Zwangssterilisationen und Schwangerschaftsabbrüche in Vermont ausgerottet. Es wurden mehr als 3400 Fälle von Sterilisationen an Abenaki gemeldet, von denen viele mit der Abtreibung eines ungeborenen Fötus verbunden waren. Es wurden keine Unterlagen über eine informierte Zustimmung zu diesen Verfahren gefunden. Nach dieser Zeit verblieben in den Vereinigten Staaten nur noch diejenigen Abenaki, die als Weiße durchgehen konnten, oder die nach ihrer Sterilisation durch Zwangsinternierung in Schulen, der Gefangennahme und der anschließenden Auflösung ihrer Familien entgehen konnten. Viele der heutigen Abenaki in New Hampshire, Vermont und Kanada sind teilweise von den Pokumtuk abstammend. Nehmen wir nun an, dass unter Martha Stuarts Muggelstämmigen Nachkommen mehrere Generationen später mindestens ein Muggelgeborener zu finden ist. Viele Muggelgeborene haben irgendwo in ihrem Stammbaum eine Hexe oder einen Zauberer, in manchen Fällen viele, viele Generationen zurück. Das Gen taucht an einigen unerwarteten Stellen auf. Wer sieht laut Bergshot aus wie ein amerikanischer Ureinwohner und ist außerdem Muggelstämmig? Kendra Dumbledore, die Mutter des zukünftigen Schulleiters. Es ist sehr interessant, was Muriel über Kendra sagt. Sie ist einfach furchterregend. Das könnte zwar an Kendras Persönlichkeit liegen, aber was wäre, wenn es daran liegt, dass Kendras latentes Parselmundgen, das seit vielen Generationen schlummert, zusammen mit ihrem magischen Gen aufgewacht ist? Interessant ist auch, dass Kendra, obwohl sie eine Muggelgeborene ist, beschämt wäre, eine Squib zu zeugen. Warum ist das so? Wenn Kendra in einer Muggelfamilie aufgewachsen ist, warum sollte sie dann gedemütigt sein, ein Kind ohne Magie zu bekommen? Das muss daran liegen, dass Kendra von Martha Stewart abstammt, die selbst eine Squib war und sich deshalb gedemütigt fühlte. Kendras Erscheinung, die als hellhäutig mit dunklen Haaren und Augen zusammen mit indianisch anmutenden Zügen beschrieben wird, passt auch zur historischen Anglisierung des Abenaki-Stammes. Aufgrund ihrer helleren Haut und der Tatsache, dass ihr Sohn Albus kastanienbraunes Haar und strahlend blaue Augen hatte, war Kendra höchstwahrscheinlich gemischte Abstammung, da ihre Abenaki-Vorfahren weiße Siedler heirateten und mit ihnen Kinder bekamen, um in der weißen Gesellschaft besser akzeptiert zu werden. Höchstwahrscheinlich ist ihre weiße Abstammung schottisch, irisch oder walisisch, da in diesen drei Ländern das Gen für rote Haare vorherrscht. Ebenso sehen wir, dass Kendra eine Nachfahrin von Martha Stuart ist und das Parsel-Gen geerbt hat. Das bedeutet, dass Kendras Sohn Albus Dumbledore ebenfalls das gleiche Gen geerbt haben könnte und somit in der Lage wäre, die Parsel-Sprache zu verstehen, wenn nicht sogar zu sprechen, ohne die Sprache gelernt zu haben. Die unfassbare Realität, Albus Dumbledore verstand nicht nur Parsel. Albus Dumbledore war ein Erbe von Slytherin. Das lasse ich erst mal sacken.